In diesem Schlösschen will Küchenchef Tobias heute Farbe bekennen. Sehr schön. Also der Gastraum ist nicht mein Fall. Ist das Essen geschmackvoller? Respekt. Ui! Das klingt nach einem, fast hätte ich arschvoll Kunden gemacht. Dafür muss aber alles perfekt sein. Das sieht ein bisschen fest aus da, ja? Das ist ein bisschen fest.